Der Streit um die 20.000 Elefanten, die der bozwanische Präsident Magwezi Masisi aufgrund der Politik der Grünen nach Deutschland abschieben möchte, wird immer grotesker. Nun hat eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, nämlich die Lufthansa Cargo, via Bild-Zeitung mitteilen lassen, dass sie diesen Transport auch gerne übernehmen würde, allerdings nur, wenn er wie eine Militäroperation durchgeführt wird. Die Tiere sollen ja in Deutschland in freier Wildbahn leben. Der Hintergrund ist, dass die deutsche Umweltministerin Steffi Lembke die Einfuhr von Jagdprofäen überhaupt verbieten möchte. Der bozwanische Präsident betont, dass das die Armut und auch die Winderei in seinem Land fördern würde. Zurzeit gibt es eine Überpopulation von 8.000 Elefanten im Botswana.